Mit smarten Heizkörperthermostaten sparst du jede Menge Heizkosten und tust gleichzeitig etwas für die Umwelt. Doch die Auswahl an Geräten ist riesig. Wir haben die besten Hersteller für den nächsten Winter getestet und sagen dir, welches Produkt das richtige für dich ist. Hallo Leute, ich bin Arne und bevor wir zu unserem Vergleich kommen, erklären wir euch kurz noch einmal die Basics. Wieso braucht man überhaupt smarte Heizkörperthermostate? Was für Vorteile haben sie gegenüber analogen Thermostaten? Und wie macht es euren Alltag einfacher? Diese Fragen können wir euch leicht beantworten, denn gerade im Winter gibt es meist nur zwei mögliche Szenarien. Szenario 1 ist, die Wohnung ist kalt und man heizt erstmal auf voller Stufe die Wohnung. Kostet nicht nur super viel Energie, sondern ist auch nicht wirklich umweltschonend. Im späteren Verlauf des Abends ist es dann viel zu heiß in der Wohnung. Man lüftet und im Handumdrehen ist es wieder kalt und das ganze Spiel geht von vorne los. Szenario 2, man vergisst die Heizung, lässt sie an und kommt nach der Arbeit in eine viel zu heiße Wohnung zurück. Gleiches Prinzip, umsonst geheizt, Geld verloren und für die Umwelt war es auch nicht wirklich gut. Mit smarten Heizkörperthermostaten wird euch so etwas in Zukunft nicht mehr passieren, denn ihr könnt euer Heizsystem nicht nur von überall aus steuern, sondern auch individuell auf euch anpassen. Durch individuelle Anpassungen an euren Lebensrhythmus per Automation, Szenen oder Zeitplänen werden eure Heizkosten sinken und das lästige Alltagsproblem des Heizens wird aus eurem Leben verschwinden. Um euch einen guten Überblick zu geben, werden wir einmal alle Thermostate mit ihren grundlegenden Funktionen gegenüberstellen und am Ende nochmal die einzelnen Details jedes Produktes vorstellen. Die Features, die wir jetzt einmal für alle Geräte erklären, sind Eigenschaften wie die Kompatibilität zu iOS und Android, Unterstützung von Sprachassistenten, Geofencing Support, Fensteroffenerkennung und ob ihr eine Bridge braucht oder nicht. Erst einmal kurz zu den Features, die jedes der verglichenen Thermostate besitzt. Ihr könnt mit jedem Thermostat Zeitpläne erstellen, die eure Heizung automatisch regeln. Das ist Standard und auch erstmal überhaupt Grundsatz, damit das Thermostat smart ist. Das Zweite, was alle Geräte bieten, ist ein Fernzugriff. Ihr könnt also eure Heizung steuern, wenn ihr selbst gerade nicht zu Hause seid. Eine wichtige Anmerkung ist aber, dass ihr hierfür selbst bei Systemen, die nicht unbedingt eine Bridge voraussetzen, die Bridge benötigt oder gegebenenfalls ein Abo vom jeweiligen Hersteller braucht. Sollte es hier Einschränkungen geben, merken wir das nochmal an, wenn wir euch die jeweiligen Produkte spezifisch vorstellen. Nun kurz zu den Unterschieden zwischen den verschiedenen Thermostaten. Bis auf das System von Eve unterstützen alle Hersteller sowohl Android als auch iOS. Eve unterstützt durch seinen HomeKit-Only-Ansatz nur das System von Apple. Bei den Sprachassistenten unterstützen Tado und Netatmo sowohl Siri, Google Assistant als auch Alexa und lassen damit keine Wünsche offen. Bei Energy und Homematic werden Google Assistant und Alexa angeboten. Damit sind also schon mal die zwei größten Systeme abgedeckt. Bosch unterstützt derzeit nur Alexa und das System von Eve wiederum nur Siri. Die meisten Thermostate sind hier also gut aufgestellt und bieten eine große Auswahl an Sprachassistenten. Ein Thema, bei dem es größere Unterschiede gibt, ist die Geofencing-Funktion. Dies bedeutet, dass euer Thermostat sich automatisch anders einstellt, ob ihr gerade zu Hause seid oder eben nicht. Eine sehr praktische und sehr smarte Sache. Der einzige Hersteller mit eingebautem Support ist der Zeitado. Hier könnt ihr alles bequem aus der App einstellen und es gibt einen Zeitplan für wenn man zu Hause ist und einen anderen für wenn man außer Haus ist. Bei Netatmo und Eve kann das Geofencing über Apple HomeKit integriert werden. Hier ist aber zu berücksichtigen, dass ihr zwingend einen Apple Home Hub, also einen HomePod, einen neuen Apple TV oder ein iPad stets zu Hause haben müsst, um diese Automationen zu nutzen. Energy nutzt für das Geofencing den Automatisierungs-Service If This Then That, um das kostenlos für euch einzubauen. Bei Bosch gibt es derzeit leider noch überhaupt keinen Geofencing-Support. Ein wichtiges Thema, vor allem zum Heizkosten sparen, ist die Fensteroffenerkennung. Darüber merkt das System automatisch, ob ihr gerade lüftet und hört dementsprechend auf zu heizen. Das spart, wie eben schon gesagt, auf sehr einfache Weise viel Energie. Sowohl Tado, Netatmo als auch Eve haben dieses Feature automatisch ins Thermostat eingebaut. Das ist sehr nett, da ihr keine zusätzlichen Fenstersensoren kaufen müsst, aber oft nicht ganz so genau wie die Steuerung über gesonderte Sensoren. Brands wie Bosch, Energy und Hometic setzen alle auf externe Tür-Fenster-Kontakte, um diese Funktion zu gewährleisten. Das ist natürlich sehr akkurat aufgrund des eingesetzten Sensors, bringt aber natürlich auch zusätzliche Kosten mit sich. Als letztes vergleichen wir noch die Frage, ob eine Zentrale notwendig ist. Grundlegend setzen bis auf Eve alle eine Bridge für die Bedienung voraus. Eve kann über Bluetooth ohne Bridge arbeiten. Für den Fernzugriff oder Geofencing benötigt ihr aber auch hier einen Apple Home Hub. Doch nun genug vom generellen Überblick. Wir schauen uns jetzt noch einmal die Besonderheiten der einzelnen Hersteller an. Wenn ihr schon einen Favoriten habt, haben wir euch unten im Top-Kommentar die Timecodes markiert. Als erstes stellen wir euch Tado vor. Tado hat sich als Unternehmen auf Heiz- und Klimasysteme spezialisiert. Die sieht man nicht nur am Design des Heizkörperthermostats, welches das kleinste und unserer Meinung nach auch das schönste ist, sondern auch an der App. Sie glänzt mit ihrer Übersichtlichkeit und der einfachen Handhabung. Man hat alles auf einen Blick und kommt schnell zu den gesuchten Funktionen, wie zum Beispiel der Szeneneinstellung. Die Heizkörperthermostate funktionieren nur in Verbindung mit der Tado Bridge. Und das komplette Heizsystem kann mit Apple HomeKit, Google Home und Alexa gesteuert werden. Genau diese Eigenschaft macht Tado so besonders, da sie damit einer der wenigen Hersteller auf dem Markt sind, die euch nicht einschränken. Des Weiteren misst das Heizkörperthermostat eure Raumluft und zeigt euch an, wie gut die Qualität ist. Sollte die Qualität zu sehr sinken, wird euch eine Lüftungsempfehlung ausgesprochen. Seit dem neuesten Update der Tado App ist es nun noch möglich, die Belastung eurer Umgebung zu sehen. Das heißt, ihr könnt in der App Werte zur Feinstaubbelastung, Stickstoffdioxid, Pollenbelastung, Kohlenmonoxid oder weiteren Sachen sehen. Wir haben euch einen Link zum Nachlesen in die Beschreibung gepackt, falls ihr noch mehr dazu lesen wollt. Nun aber zu den Funktionen. Das Tado Thermostat fügt über eine Geofencing-Funktion und über eine Fensteroffenerkennung. Beide Funktionen sind ohne Abo verfügbar. Doch es hat einen Haken, denn ohne Abo müsst ihr immer Benachrichtigungen bestätigen, um die Aktionen wirklich auszuführen. Erst wenn ihr das Abo für 2,99 Euro im Monat oder rund 24 Euro im Jahr kauft, regelt sich das System automatisch selbst. Um diesen kleinen Wermutstropfen wieder auszugleichen, kommen wir gleich zu einem weiteren Feature. Das Thermostat passt sich nämlich aktiv an die Wettervorhersage an. Heißt also, wenn an einem grauen Wintertag doch mal die Sonne aus den Wolken hervorkommt, gleicht sich das Thermostat automatisch an und regelt ein bisschen runter. Die Kompatibilität von den Tado-Produkten erstreckt sich von normalen Heizungen über Thermen, Fußbodenheizungen bis zu Klimaanlagen. Ihr könnt also fast alles mit Tado abdecken. Als nächstes schauen wir uns Netatmo näher an. Netatmo bietet neben seinen Heizkörperthermostaten unter anderem auch smarte Sicherheitskameras, Messgeräte für Wind und Regen sowie Rauchmelder an. Das Design von Netatmo-Produkten ist sehr modern und clean gehalten und für uns sehr ansprechend. Das gleiche gilt auch für die App. Ein Nachteil beim Heizkörperthermostat ist jedoch, dass das Ventil vom französischen Hersteller in Deutschland oft mit einem Adapter eingebaut werden muss. Der Adapter ist aber im Lieferumfang mit dabei. In Bezug auf die Integration versteht sich Netatmo mit Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit und lässt so keine Wünsche offen. Die Fenster-Offenerkennung ist jetzt seit neuestem auch integriert und funktioniert automatisch und ohne Abo. Geofencing könnt ihr über Apple HomeKit oder über If This Then That realisieren. Kommen wir nun zu Bosch. Gerade Leute, die ein System wollen, welches sich beliebig vergrößern lässt und wo alles auf einem Gateway läuft, sind hier richtig. Denn neben dem smarten Heizen bietet Bosch auch smarte Lösungen für Sicherheit, Garten und mit der Kooperation mit Philips auch Lichter an. Doch gucken wir uns das Heizkörperthermostat erst einmal näher an. Das Design des Thermostats ist schlicht und funktional. Eine Fenster-Offenerkennung ist leider nicht im Thermostat selbst verbaut, aber funktioniert wie eben schon mal beschrieben über Tür- und Fenstersensoren. Allerdings hat dies auch einen Grund. Denn wie schon erwähnt hat Bosch ein großes Sortiment an Smart Home Produkten. Mit dem Tür- und Fenstersensor wird euer Zuhause nämlich zusätzlich vor Einbrechern geschützt und kann später mit einer Alarmanlage verbunden werden. So habt ihr ein Gerät, das viele Zwecke erfüllt. Wie eben schon erwähnt werden alle Bosch Komponenten von einem Gateway gesteuert, dem Bosch Smart Home Controller. Und ohne den geht nichts. Wer sich um seine Daten Gedanken macht, ist bei Bosch genau richtig. Denn alle Daten werden auf den Bosch eigenen Servern in der Nähe von Frankfurt am Main gespeichert. Eine wichtige Einschränkung ist aber, sollte eine Verbindung mit Alexa stattfinden, ist dieses leider nicht mehr der Fall. Die App von Bosch ist sehr übersichtlich gestaltet und gibt euch einen schnellen Überblick über euer Smart Home System. Das gefällt uns sehr gut, denn gerade wenn das Smart Home System größer wird, kann es leicht unübersichtlich werden. Nun zur nächsten Marke. Als Energielieferant ist Energy Experte auf dem Gebiet Heizen. Aber nicht nur das. Das Energy System umfasst andere Kategorien wie Licht, Strom und mehr. Das macht das System sehr gut für Leute, die nicht nur ihre Heizung smart machen wollen, sondern gleich ihr ganzes Haus aufrüsten wollen. Zum Heizen selbst. Das Energy System benötigt die Smart Home Zentrale als Bridge. Das Gute daran ist, dass Szenen und Automationen hier direkt gespeichert werden und auch offline genutzt werden können, falls euer Internet mal nicht funktioniert. Das Design der Thermostate selbst ist sehr minimalistisch und es hat sogar eine Kindersicherung verbaut. Es fällt aber auf, dass das Gerät selbst deutlich größer ist, als das der Mitbewerber. In Bezug auf die Komfortfunktion wird die Fensteroffenerkennung über zusätzliche Fenstertürsensoren ermöglicht. Wie schon oben gesagt, ist das sehr zuverlässig, aber bedeutet natürlich zusätzliche Kosten für die Kontakte. Geofencing ist nicht nativ eingebaut, kann aber über If This and That kostenlos hinzugefügt. Bei der App von Energy hat man durch die benutzerfreundliche Oberfläche eine optimale Übersicht der eingebundenen Komponenten und findet sich leicht zurecht. Die Einbindung der neuen Geräte oder die Erstellung von Szenarien bedarf keiner großen Anstrengung. Auch ist es sehr angenehm, dass Energy auch Produkte anderer Hersteller wie zum Beispiel Philips Hue integriert hat. Eine Sache, die man bei Energy wissen sollte, für den Fernzugang, also die Steuerung außer Haus, fallen Kosten an. Zwar sind die ersten 24 Monate kostenlos mit einbegriffen, danach werden aber 15 Euro im Jahr fällig, um das Energy Smart Home von der Entfernung aus zu steuern. Als nächstes haben wir hier das Heizkörperthermostat von Homematic IP. Beim Design hat sich Homematic IP für eine sehr klare und abgerundete Optik entschieden. Das Thermostat hat ein großes Display und der runde Regler schmiegt sich sehr harmonisch in das Produkt ein. Ebenso wird beim System von Homematic IP ein Gateway benötigt, der alle Komponenten vernetzt. Homematic IP hat wie Bosch ein breites Sortiment an Smart Home Produkten. Doch die Produkte selbst sind hier sehr unterschiedlich. Das Sortiment ist mit seinen zahlreichen Unterputzsteckern eher auf Hausbesitzer ausgerichtet. Wenn ihr mehr zum ganzen System wissen wollt, dann schaut doch am besten mal auf unserer Seite vorbei. Wir haben euch das Ganze in der Beschreibung verlinkt. Wie bei anderen Herstellern funktioniert bei Homematic IP die Fensteroffenerkennung über Tür- und Fenstersensoren. Das System könnt ihr bequem per Alexa oder Google Home steuern. Auch die Homematic App ist sehr einfach gehalten. Durch das blau-weiß schlicht gehaltene Design verliert man sich nicht und kommt schnell zu den richtigen Einstellungen. Und zu guter Letzt Eve. Eve ist eigentlich nur für Apple-Nutzer interessant, da es ganz auf Apple HomeKit baut. Als einziges System ist bei Eve die Nutzung ohne Bridge möglich, da das System über Bluetooth funktioniert und sich so direkt mit eurem iPhone verbinden kann. Das macht den Einstieg ins System sehr einfach und auch durchaus günstig. Das Design der Geräte, aber auch der App ist sehr minimalistisch und passt damit gut ins Apple-Ökosystem. Eine zusätzliche Neuerung. Zur Eve hat Eve eine neue Version ihres Thermostats herausgebracht, die jetzt einen leiseren Motor hat und damit beim Temperatureinstellen nicht stört. Auch wurden Limitierungen, die früher durch die begrenzte Reichweite von Bluetooth entstanden sind, von Eve Mitte diesen Jahres durch den Eve Extent gelöst. So könnt ihr jetzt sicher gehen, dass eure Eve-Geräte überall Empfang haben. Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass Eve keine eigenen Server besitzt und dadurch auch keine Daten sammelt. Das System funktioniert ganz auf Basis von Apple HomeKit, welches auch verspricht, keine Daten auszuwerten. Man muss jedoch wissen, dass für Funktionen wie Steuerung aus der Ferne und Geofencing ein Apple Home Hub benötigt wird. Das ist wie eben schon mal beschrieben, entweder ein iPad, das ihr immer zu Hause habt, ein HomePod oder ein Apple TV der vierten Generation. Nachdem wir jetzt einmal alle Produkte gesehen haben, stellt sich die Frage, für wen sind also welche Produkte besonders interessant? Die Produkte von Tado, Eve und Netatmo sind gerade für Leute interessant, die ihr Heizsystem schnell und einfach smart machen möchten. Für Hausbesitzer oder für jene, die bald welche werden, sind gerade Hometic, Energy und Bosch interessant. Denn neben den ganzen Produkten zur Heizung bieten diese drei Hersteller auch eben smarte Unterputschstecker oder andere smarte Produkte an, um euer Zuhause komplett smart zu machen. Diese drei Hersteller sind natürlich auch genauso für einen normalen Umstieg geeignet, wie die drei Hersteller oben, muten sich aber etwas konventioneller an. Wie ihr also sehen könnt, ist für jede Wohnsituation und für so gut wie jede persönliche Präferenz etwas dabei. Doch wie sieht es nun preislich aus? Bei Netatmo kostet ein Starter-Set mit Bridge und zwei Thermostaten ca. 200 Euro. Bei Tado sind das 175 und bei Eve nur 110, jedoch auch ohne eine eigene Bridge. Dazu muss man aber sagen, dass gerade diese Hersteller sehr umfangreiche und schöne Produkte anbieten. Bei Bosch liegen wir bei ca. 190 Euro und bei Energy sind es ca. 180 Euro für das Starter-Set. Es sind aber geringere zusätzliche Kosten, wenn ihr mehr Geräte kauft. Hometic liegt mit 195 Euro in derselben Preisklasse. Diese drei Produkte bieten zwar nicht die schönsten Designs an, aber haben dafür ein sehr breites Sortiment, was dafür sorgt, dass ihr euer ganzes Zuhause einfach smart machen könnt. Bei diesen größeren Systemen kann es auch sein, dass manchmal ein bisschen mehr technisches Wissen benötigt wird. Also zusammengefasst, wer schnell und zuverlässig seine Heizung smart machen will, ist bei Netatmo, Tado und Eve richtig. Wer gerne bastelt, gerade sein neues Haus baut oder das vorhandene komplett smart machen will, ist mit Bosch, Energy und Hometic IP an der richtigen Adresse. Letztendlich liegt die Entscheidung aber bei euch. Wir hoffen, wir konnten mit unserem Video ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder sozusagen ein bisschen Wärme in die Kälte. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt sie uns unten in die Kommentare und guckt auch einmal in die Beschreibung da unten, wo wir viele nützliche Links unten reingepackt haben. Außerdem, wenn ihr neu seid, dann lasst doch mal ein Abo da, damit ihr unsere zukünftigen Videos nicht verpasst und vergesst natürlich nicht, den wunderschönen Like-Button zu drücken, wenn euch das Video geholfen hat. Also danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!